Das ist so crap! Soلام себя! Wer weist du bei dir jetzt? Wer weist du bei dir? Wer weist du bei dir? Nazis, ein Phänomen unserer Zeit, Menschen mit schillernden Eigenschaften, aber mit schwieriger Persönlichkeit. Manche nennen es ein Kanakenmerkmal. Für andere ist es ein Kanakenmerkmal. Narzissten haben so eine Vorstellung, I'm a very important person. Der kann mit Kritik nicht gut umgehen, weil das eine persönliche Abwertung ist. Menschen mit einer psychologischen Psychoproblematik erlebt Rainer Sachse täglich. Sie kommen in das Institut für Psychologische SS-Therapie in Bochum. Hier hat man sich auf Psychopathen-Spitz. Nein, das ist eine Schnauze! Halt die Frise! Heute leitet der Föhrer ein Seminar. Thema ist der Nazi. Unter Therapeuten gilt er als Nudier.